Die Media City Leipzig ist ein der Fernseh- und Filmproduktion dienender Gebäudekomplex in der Leipziger Südvorstadt, der am 2. Mai 2000 auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes eröffnet wurde. Er grenzt nördlich an das Gelände der Fernsehzentrale des MDR. An der Altenbürgerstraße stehen fünf baugleiche viergeschossige Bürogebäude, zwischen denen sich begrünte Innenhöfe befinden. Recht winklig dazu erstreckt sich an der Verlängerung der Steinstraße der Studiokomplex mit vier Studios mit Grundflächen zwischen 50 Quadratmeter und 1500 Quadratmeter. In der Verbindungsstelle zwischen beiden Gebäude-Ensembles befindet sich eine Glashalle, der sogenannte Mediengarten. Hinter den Gebäudereien erstreckt sich ein großer Werkstatt- und Lagerbereich. Die Außenflächen der modern gestalteten Gebäude sind in Anlehnung an die früheren gelben Klinkerbauten des Schlachthofs einheitlich sandfarben gehalten. Die Bürogebäude nutzen mehr als 70 Unternehmen und Dienstleister der Film- und Fernsehbranche, des Hörfunks sowie der Web- und Printmedien. Dazu gehören zum Beispiel die Ariane Film GmbH, die OTTONIA Media GmbH und die Saxonia Media Filmproduktion GmbH. Letztere produziert in zwei der vier Studios die Erfolgsserie in aller Freundschaft. Es gibt aber auch Studios, die Zuschauerbeteiligung ermöglichen. Der Mediengarten wird besonders für Galas, Unternehmensfeiern und Fernsehaufzeichnungen genutzt. Die Werkstätten werden von der Media City Atelier GmbH, einem großen Medien-, TV- und Filmdienstleistungsunternehmen betrieben. Das Z.B. solche Sendungen wie die Feste der Volksmusik des MDR U.A. ausstattet. Hier wird auch der umfangreiche Requisitenfundus des MDR gelagert. Die gesamten Anlagen der Media City Leipzig werden verwaltet durch die DREFA Immobilienmanagement GmbH. Sie ist ein 51-prozentiges Tochterunternehmen der DREFA Media Holding GmbH und damit des Mitteldeutschen Rundfunks.